Musik Mein Name ist Hans-Christian vom Kolke. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschafter der Gelsinger Stahl- und Technik GmbH in Bocholt. Wir sind ein Großhandelsunternehmen mit zwei Geschäftsbereichen. Zum einen Stahlgroßhandel, zum anderen technischer Großhandel. Unser Unternehmen wurde 1848 gegründet und wir haben im Moment vier Standorte. Für unsere Arbeitsvorbereitung war sehr entscheidend, dass es in dem Programm GEBIS einen Leitstand gibt, in dem wir etliche Arbeitsvorbereitungsschritte sauber abwickeln können. In Verbindung mit unserer Investition in unseren neuen Standort in Förde, in dem wir vollautomatisiert Trägerprofile verarbeiten, brachte das einen entscheidenden Mehrwert, dass wir in der GEBIS-Software die ersten Schritte vorbereiten können, um sie dann per Schnittstelle in die automatisierte Trägerverarbeitungsanlage zu übergeben und dort weiter abzuwickeln. Einkaufsverbände sind, glaube ich, für jeden mittelständischen Großhändler heute sehr wichtig, um sich im Wettbewerb mit großen konzerngebundenen Unternehmen zu behaupten. Für uns ist die Verbindung zu Nordwest sehr wichtig und es war für uns auch ein wichtiges Feature, dass wir die Aufträge, die wir über das Nordwestzentrallager in Gießen abwickeln, direkt auch über eine GEBIS-Schnittstelle in das Nordwestsystem einstellen können. Wir sind nach anderthalb Jahren sehr zufrieden mit der Lösung. Wir sind insbesondere gerüstet, in einem im Moment sehr schwierigen Marktumfeld im Stahlhandel uns im Wettbewerb zu behaupten, weil unsere Prozessabbildung in der EDV einwandfrei funktioniert, wir die Kosten dadurch optimieren können und auch die Ansätze finden, wo wir eine zuverlässige Leistungserbringung bringen und gleichzeitig Kosten optimieren können. Die GWS hat heute über 300 Mitarbeiter und ist für den Stahlhandel mit Kunden wie Elsinkhorst und auch anderen großen mittelständischen Stahlhändlern erste Wahl. Wir haben alle Funktionalitäten, die der Stahlhandel benötigt, im Tagesgeschäft benötigt, abgebildet und diese Funktionalitäten bekommt der Kunde quasi mit der Branchenlösung als Standard ausgeliefert, sodass diese Funktionalitäten parametrisiert werden und er von einer 100%-Lösung ausgehen kann. Die Branchenlösungsproduktphilosophie der GWS ist dabei für ein Unternehmen wie Elsinkhorst wichtig und entscheidend war auch das, dass wir gemeinsam diese Ausprägung der Lösung vorgenommen haben. Das heißt, unsere Entwickler haben mit den Branchenspezialisten im Verkaufsleiter Stahl diese Weiterentwicklung ausgeprägt und die steht allen anderen auch zur Verfügung, die heute mit dieser Lösung arbeiten. Für die GWS spielt auch der Partner Microsoft eine große Rolle. Innovationskraft und ERP-Lösung aus dem Hause Microsoft veredeln wir um die Branchenfunktionalitäten, die unsere Kunden am Markt brauchen. Das heißt, wir müssen die gesamte ERP nicht neu entwickeln, sondern setzen dort mit Partnern wie Elsinkhorst und anderen Stahlhändlern, technischen Händlern diese Funktionalitäten auf und stellen diese im Rahmen unserer Weiterentwicklung und der permanenten Weiterentwicklung zur Verfügung. Wir haben dann in einem Projekt zusammen mit Produktentwicklern, mit Programmierern eine super Zusammenarbeit gehabt. Wir haben in mehreren Treffen, manchmal im Zwei-Wochen-Rhythmus, entsprechend die verschiedenen Bereiche, ob Längenbereich, ob Anarbeitung, in einer tollen Zusammenarbeit weiterentwickeln können. Von Vorteil war zum einen, dass aus anderen Branchen eine Menge Wissen einfließen konnte, zum anderen die Fähigkeit der Leute, in solche Vorgänge sich reinzudenken. Diese sehr gute Fähigkeit hat dann zu einem guten Gelingen dieses Projekts geführt. Dadurch, dass wir vor allem mit Hilfe des Leitstands, der entsprechend auch mit automatischen Anlagen kommuniziert, ist es uns möglich, fast papierlos zu arbeiten. Somit ist die Verfolgung deutlich einfacher. Man rennt keinen Papieren mehr hinterher oder sucht in verschiedenen Lagerbereichen nach Unterlagen, sondern hat alles übersichtlich entsprechend im Leitstand und in der Turnplanung vorhanden. Alle diese Daten hatten wir so detailliert vorher nicht zur Verfügung. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir in schwierigen Zeiten mit der GEWIS-Lösung bestens aufgestellt sind und für uns die Entscheidung im Nachhinein sich als goldrichtig erwiesen hat. Eine deutlich bessere Übersicht. Wir entwickeln Branchensoftware. Wir sind die Branchen-Spezialisten. Mit uns geht es langfristig in die Zukunft. Wir sind die